Wir haben jetzt eine Gruppe, die hinlänglichst in Österreich bekannt sein dürfte. Sie sind für ihren Stil sogar, kann man sagen, in der ganzen Welt schon bekannt, weil Liebhaber ihre Platten längst haben. Jetzt haben sie eine neue Langspielplatte, die Gruppe Bluegrass Special. Bitte! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Bluegrass Special.